Merkel? Danke, gut. Fangen Sie jetzt auch noch damit an. Danke. Nun ist aber auch wirklich alles dazu gesagt. Wissen Sie, ich bin ja eine große Anhängerin der Telemedizin, aber doch nicht als Telekolleg Ferndiagnose. Ich meine, wenn ich das alles hätte, was da aufgrund von Fernsehbildern in den letzten Tagen zusammenspekuliert wurde, lege ich wohl für immer angeschnallt in der Klapse. Ich weiß, manche möchten ja, dass ich ernsthaft krank bin. Merkels Kontrollverlust. Sinnbild einer zu Ende gehenden Ära, habe ich gelesen. Nach dem Motto, wir kriegen sie politisch nicht weg, aber jetzt räumen wir sie mit ihrem Psychoknacks ab. Und die Bild erniedrigt mich durch Mitleid. Unsere Kanzlerin. So schwach, so tapfer. Genau deshalb sagen Politiker nicht, wenn sie Gesundheitsprobleme haben. Interessant finde ich, dass jetzt nochmal die ganzen Krankheiten von Politikern aufgezählt werden. Roosevelt, Kennedy, Schmidt, Kohl, Seehofer. Und waren es deshalb schlechte Politiker? Nee, Horst ist auch okay. Er verrennt sich halt öfter mal. Immerhin hat er mit dieser Terror-Historie von Demisier aufgehört. Ja, sicher. Privat weiß ich, was ich habe. Und ich habe öffentlich alles Notwendige dazu gesagt. Das Problem ist nur, dass die Leute mit unvollständigem Bruch des hinteren Beckenrings und Merkel mit Krücken damals mehr anfangen konnten, als jetzt mit Verarbeitungsphase eines Traumas. Es ist, wie es ist. Ich kann regieren und wenn nicht, sage ich Bescheid. Und wie sie alle auf den Nationalfeiertag in Frankreich gestarrt haben. Ob ich sitze oder stehe. Weil das deutsch-französische Verhältnis wird sich sicher verbessern, wenn ich stehe. Und verschlechtern, wenn ich mich wieder hinsetze. Und ob vielleicht alle Staatsgäste sitzen werden. Und sie haben es ja gesehen. Alle haben gesessen. Und jetzt kommt die Überraschung. Sie sitzen jedes Jahr, weil dort niemandem zugemutet wird, im Hochsommer in der prallen Sonne zu stehen. So, und jetzt muss ich was trinken.